Der erste Gastauftritt von Christian Röhl im Jahr 2023. Ich bin froh, dass wir wieder die Zeit gefunden haben. Hi Christian! Richi, hi! Freut mich! Wir haben ja schon letztes Jahr mehrfach darüber gesprochen, wie andere Staaten mit Staatsfonds, mit Renten über Aktien und sonstigen Anlagen umgehen. Damals hast du schon erwähnt, ja in Deutschland gibt es sowas ja eigentlich auch. Und vielen war das vielleicht gar nicht bewusst. Und wir haben uns überlegt heute, lass uns mal genau darüber sprechen, was für einen Staatsfonds gibt es denn überhaupt? Wie ist der bisher aufgebaut? Und vielleicht schauen wir uns in einem zukünftigen Video auch nochmal das Thema Aktienrente an. Was ist da eigentlich genau geplant? Bringt es uns irgendwas? Wie ist das Ganze aufgebaut? Lehnt es sich an bekannte Modelle an? Oder, oder, oder. Aber zurück ins Hier und Jetzt, beziehungsweise zurück in die Vergangenheit 2010. Hat man gemerkt, man braucht ja irgendwas, um mit den Atommüllresten und den Lasten davon irgendwo in der Zukunft auch Kapital zu haben, um damit umzugehen. Und genau darum geht es ein bisschen Kenfor, Staatsfor. Ja, der Kenfor ist im Grunde ein Produkt des Abschieds aus der Kernenergie. Darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern es geht darum, dass man halt die Ewigkeitslasten aus der Kernenergie irgendwie auf die Energieversorge abwälzen wollte, gleichzeitig sicherstellen wollte, dass man diese ja über Jahrzehnte relevanten Lasten auch tatsächlich bedienen kann. Folglich hat man sich dann in einem langen demokratischen Prozess darauf geeinigt, dass die Energieversorger insgesamt 24 Milliarden Euro einzahlen in eine Stiftung unter öffentlich-rechtlicher Aufsicht. Und das halt aus diesem Kapital, sowohl der Substanz als auch den Erträgen, diese kerntechnische Entsorgung finanziert wird, die nächsten Jahrzehnte. Und dieser Fonds heißt auch tatsächlich Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Aber weil das so furchtbar lang ist, hat man ihm den wunderbaren Namen Kenfo gegeben. Also 2010, wir haben also 24 Milliarden, die erstmal reingebuttert wurden. Und jetzt natürlich die erste Frage, jeder Fonds, vor allem wenn man den Staat hört, denken natürlich vielleicht viele, ja was darf der überhaupt machen? Nur in mündelsichere Anleihen mit, weiß nicht, also Anlageprodukten, die wir alle hoffentlich nicht allzu gut kennen, die halt mündelsicher sind. Das heißt, wo man eigentlich für seine später hinterbliebenen Kinder oder was anlegen kann, aber die meistens von der Rendite her nicht so toll sind. Oder gibt es da andere Satzungen in diesem Stiftungsfonds, was gemacht werden darf? Oder gibt es da gewisse Spielregeln? Da gibt es deutlich mehr. Und wir gucken ja hier in Deutschland, zumindest bei denjenigen, die Vermögensaufbau schon mal durchdrungen haben, immer so ein bisschen neidisch nach Norwegen. Ja, der norwegische Staatsfonds ist sicherlich für viele so ein Sehnsuchtsfonds, auch Vorbild, vielleicht für die eigene Anlagestrategie auch. Und man kann durchaus sagen, dass auch bei diesem Kenfo der norwegische Staatsfonds Pate gestanden hat. Auch dort sind es nämlich nicht hier nur die mündelsicheren Anlagen. Auch dort ist es eine breite Asset Allocation, ein Mix verschiedener Anlageklassen. Natürlich Anleihen dabei, aber Schwerpunkt Aktien, zweiter Schwerpunkt. Alles das, was man unter dem Begriff alternative Investments subsummiert. Also zum Beispiel Beteiligungen an Infrastruktur, aber auch an Immobilien oder auch an nicht notierten Investitionen wie Private Equity. Das sind also nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen. Beteiligungen oder Private Debt, also nicht notierte private Kredit- und Darlehensfinanzierungen. All das kann der norwegische Staatsfonds machen und all das darf auch der Kenfonds machen. Okay, vielleicht noch mal sicherzustellen, 2010, ja, da wussten wir alle, wir müssen irgendwas tun mit der Kennergie. Wie aufgelegt wurde das Ganze, aber vor allen Jahren eigentlich erst, 2017 wurde das Ganze dann wirklich ins Leben gerufen. Er hat uns sicherlich schlechtere Zeitpunkte finden können, um das erste Investment zu tätigen, weil von damals bis jetzt lief es hier eigentlich ganz gut. Heißt also, momentan ist mir immer noch nicht sicher, wo man das ganze Zeug, das einem dunklen Glüth hinschiebt. Momentan versucht man einfach wahrscheinlich Substanz aufzubauen, reinvestiert auch oder wie geht man da genau vor? Naja, also das grundsätzliche Problem, was du hier ja erstmal auch als Staat hast, bei so einer Stiftung, wo auf einmal das Geld hineinkommt, ist, wann fängst du an? Und das ist das Problem auch von Anlegern, das ist ein Einmalbetrag. Kennt jeder, ich habe 24 Milliarden, wann lege ich denn los? Ja, aber genau, es ist einfach so, auch wenn du, geh mal davon aus, du kriegst von der Oma 10.000 Euro geschenkt, ja, legst du die sofort an oder machst du das sukzessive? Ja, man kann jetzt natürlich als Privatanleger, geht man empirisch ran vielleicht und sagt, hey, komm, alle Studien zeigen, dass in 80% der Fälle es immer besser war, sofort alle Kohle in den Markt reinzubollern. Ja, empirisch ist das klar. Das Problem sind die 20%, wenn das nicht so war. Wie reagiert man da? Vielleicht weiß man das schon, weil es ist nicht das erste Geld, was man angelegt hat und es ist alles fein. Bei der Politik sind genau diese 20% natürlich ein Riesenproblem, weil wenn du 2017 24 Milliarden kriegst, du investierst das Geld voll und dann kommt die nächste Finanzkrise 2018, hast du in der Politik ein Rechtfertigungsproblem. Deswegen haben die nicht die ganze Kohle in den Markt gehauen, sondern sie haben im Grunde einen strukturierten Investmentprozess gemacht, über vier Jahre und das war diese Investitionsphase. Man hat da nicht jetzt klassisch so wie beim Sparplan oder in Tranchen investiert, aber schon diesen Prozess auf der Zeitachse irgendwie gestreckt. Auch wenn das eben mit Blick auf diese 70, 80 Jahre, die man dort investiert, eigentlich gar nicht relevant wäre. Man hätte alles sofort in die Aktien knallen können, aber es geht einfach darum, dass nicht dieser politische Gegenwind kommen darf, dass es nicht einfach überall Land auf, Land ab dann in die Talkshows gehen darf, in so einer Finanzkrise und dann heißt es, hey, da waren 24 Milliarden und jetzt sind nur noch 17 da und jetzt lösen wir den ganzen Mist wieder auf, wobei so einfach ist das dann rechtlich nicht. Aber das muss politisch opportun sein, deswegen hat man sich für den strukturierten Investmentprozess entschieden, was auch gar nicht so schlecht war, denn so konnte man zum Beispiel auch die Corona-Krise nutzen, wo ja nun doch nicht nur im öffentlichen Markt, sondern auch im privaten Markt Preise kurzfristig runtergegangen sind und hat damit eigentlich einen ganz ordentlichen Einstieg gefunden, diese Investitionsphase ist jetzt soweit abgeschlossen, zumindest was die börsennotierten Investments angeht. Bei den nicht börsennotierten, bei den Alternatives gibt es ja immer längere Fristen, über die man sich da registrieren muss, deswegen ist der Anleihenanteil jetzt momentan noch ein bisschen höher als gedacht und der Anteil an Alternatives nicht so hoch, aber die Basisallokation steht, deswegen macht es natürlich auch jetzt noch nicht so viel Sinn, über Rendite zu sprechen, weil eben ein Großteil des Kapitals erst sukzessive in den Markt geflossen ist und natürlich auch der Kenfob auf Teile seiner Guthaben mal Strafzinsen zahlen muss. Also insofern, die profitieren natürlich davon auch, dass der Zins jetzt wieder da ist. Ich meine, du hast auch gerade gesagt, in der Politik keine hätte es wahrscheinlich gelobt, wenn man es alles investiert hätte und jetzt hat man wirklich fast einen Verdoppler gemacht und jeder guckt natürlich nur auf die Fehler und dementsprechend ist das Vorgehen wahrscheinlich irgendwo auch leider nachvollziehbar. Aber im Nachhinein ist es leicht zu sagen, hätte man doch. Gut, immerhin, wir haben Milliarden in einem Staatsfonds investiert und wir hören jetzt schon auch etwa von einer breiten Masse in manchen politischen Ausrichtungen, 10 Milliarden werden dann verspekuliert in Aktien und mindestens 10 Milliarden sind hier wahrscheinlich auch in Aktien investiert über diesen Kenfer-Fonds. Ja, also wir haben ein Fondsvermögen insgesamt von 24 Milliarden Euro und davon stecken momentan, zum Thema, was momentan bedeutet, reden wir gleich nochmal, stecken momentan nach letztverfügbarer Information 50% in Aktien und Immobilienaktien, sprich REITs. Und das heißt natürlich, wenn man da bei den notierten Werten Minus von 50% hat, worauf man sich ja nach Warren Buffett immer einstellen muss, dann ist entsprechend das Stiftungsvermögen auch weniger wert. Aber es ist ja nicht schlimm, weil die Stiftung zwar eine Verbrauchsstiftung ist, also es geht nicht darum, dass das Kapital ewig erhalten bleibt, sondern über diesen Zeit des Stiftungszwecks soll das Kapital mit verzehrt werden. Aber momentan ist man natürlich noch in der Phase, wo es was bringen will. Nur über 80 Jahre wäre auch ein solcher Crash zu verschmerzen. Es wäre nicht der erste dieser Art, nicht mal in diesem Jahrtausend, sondern wir haben schon zwei Crashes dieser Art gesehen. Und trotzdem steht ja zum Beispiel auch für den Ende der 90er Jahre an den Start gegangenen norwegischen Staatsfonds eine richtig ordentliche Rendite da. Jetzt eine Frage einfach mal so, was glaubst du? In den Medien hört man jetzt, ja, mehr und mehr von diesen 10 Milliarden Schulden werden aufgenommen. Wir haben einen Rentenfonds, der auf Aktienbasis nebenher schickweise aufgebaut werden soll. Über diesen Atomkraftausstieg, Entsorgung, Müllentsorgungsfonds hört man im Parallelen eigentlich relativ wenig. Also man hört wenig, dass wir sowas ja schon haben, schon mal angefangen haben damit. Und was jetzt kommen soll, nichts komplett Neues ist. Ja, dort wird man die Aktienquote komplett auf 100% wahrscheinlich plus minus halten. Aber was glaubst du, warum hört man relativ wenig vom Kenfo im parallelen Gespräch? Wird es eigentlich dazu passen? Ja, es würde sehr gut dazu passen. Es ist einerseits sicherlich ein Thema, dass die Leute, die gegen die Aktienrente oder gegen überhaupt kapitalgedeckte Instrumente innerhalb der Rentenversicherung als eine Säule oder einen Beitrag zu einer Säule, dass die Leute, die diese Agitation machen, sich entweder um solche lästigen Details wie Fakten nicht kümmern wollen oder schlichtweg nicht kümmern können, weil sie intellektuell teilmöbliert sind. Das ist sicherlich das eine, was man berücksichtigen muss. Zum anderen ist sicherlich auch der Kenfo in seiner Kommunikationsarbeit, in seinem Außenauftritt noch relativ defensiv. Insbesondere, wenn wir das mal vergleichen mit dem norwegischen Staatsfonds, das natürlich also mit dem Tangen, der da vorne dran steht, ehemaliger Hedgefund-Manager, der sein Hedgefund-Unternehmen veräußert hat, nur um diesen Posten wahrnehmen zu können, weil er seinem Land an dieser Stelle dienen will. Gut, er muss auch kein Geld mehr verdienen, aber trotzdem, großartige Story. Und der norwegische Staatsfonds ist diese Woche bereits rausgegangen, ja, Anfang Februar mit seinem Jahresabschluss für 2022. Beim Kenfo haben wir da eben sehr längere Fristen, deutlich weniger Kommunikation. Da gibt es einmal im Jahr den Jahresabschluss, der kam die letzten Jahre immer Ende Juni, Anfang Juli zum Ultimo des vorangegangenen Jahres. Da ist also so eine Reporting-Frist von über sechs Monaten und das ist in meinen Augen deutlich zu viel. Da muss man näher rankommen. Das sollte man eigentlich, weil es ja jetzt keine Rocket Science ist, so ein Portfolio da mal einen Strich drunter zu ziehen, die Werte zusammenzustellen und ein paar Torten und ein paar Liniengrafiken zu bauen. Das könnte man digital machen, oder? Man lässt sich von jeder Abteilung fax schicken wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich lässt man sich fax schicken. Also da muss ich sagen, da muss der Kenfo deutlich zulegen. Das muss natürlich auch beim Generationenkapital gemacht werden. Da muss mehr Transparenz, da muss auch mehr erklärt werden. Egal, ob das gut läuft oder nicht gut läuft, man muss die Treiber erklären und da muss das Management von diesem Kenfo auch stärker raus. Weil es ist ja so, es wird ja nicht von Politikern gemanagt, sondern es wird von erfahrenen Investmentpraktikern gemanagt. Da ist eine eigene Struktur aufgebaut worden. Ganz vorne steht als CEO und CIO, Chief Investment Officer, die Anja Mikus, die unter anderem für die UI tätig war, für die Allianz tätig war. Also wirklich absoluter Asset Management Profi. Das ist nicht so, dass da irgendwelche Menschen mit politischer Agenda die Allokation auswürfeln. Und diese guten Leute, die muss man auch viel stärker nach vorne schieben, um einfach auch das Vertrauen in so einen Staatsfonds und dann auch in das Generationenkapital zu stärken. Ja, wir werden uns nachher gleich mal die Ziele, die Wunschallokation mal anschauen. Ich habe jetzt nochmal auf der Homepage mich ein bisschen durchgescrollt und da kommt natürlich ein Punkt, wo ich weiß, wo du immer sagst, naja, toll, super. Man hat sich ja als Beschluss auch gesagt, man versucht ESG-Grundsätze als Anlagemöglichkeit zu nutzen. Ja, einerseits man hat Atommüll, den man entsorgen muss und will hier natürlich versuchen, das Geld vielleicht halbwegs, ja, sozial, ökologisch korrekt anzulegen. Ich weiß, Schwierigkeiten in dem Thema ist einfach, mit ESG kann man relativ viel Schindel untertreiben. ESG, es gibt verschiedene Ansätze. Ist an sich nur, wie gut ein Unternehmen mit Risiken, die aus sozialen, ökologischen oder Umweltgesichtspunkten eben aufkommen könnten, umgeht? Ist das für dich ein Punkt, wo du sagst, ja, das ist Marketing, müssen sie halt machen? Also, weißt du, dieses ganze ESG-Thema, ich kapiere diesen Tanz nicht, ja? Weil ESG sind doch entweder zwei Sachen. Entweder sagst du, ESG ist etwas, was sich sowieso selbst erklärt. Was total normal ist aus dem gesunden Menschenverstand, übrigens auch aus einem ökonomischen Kalkül. ESG heißt, dass du auf die Umwelt achtest, dass du auf soziale Standards achtest, das heißt, dass du also auf Mitarbeiter achtest und natürlich dann auch auf Kunden und dass du ordentliche Prozesse im Unternehmen hast, was Governance angeht und was Compliance angeht. So, und da muss man doch mal ganz ehrlich sagen, jeder, der wirtschaftlich tätig ist oder auch sogar dann als Unternehmer oder als Selbstständiger, der weiß, wenn ich meine Mitarbeiter nicht ordentlich behandle, dann gehen meine Mitarbeiter, ja? Die guten zumindest, dann habe ich nur noch die schlechten da. Dann sieht es schlecht aus mit meinem Unternehmen und mit meinem Unternehmenswert. Wenn ich meine Kunden bescheiße, auf Deutsch gesagt, ja? Dann werden meine Kunden das irgendwann rausfinden, flüchten, habe ich auch kein Geschäft mehr. Wenn ich meine Geschäftsgrundlage kaputt mache, weil ich beispielsweise die Umwelt schädige, kriege ich zu Recht Strafen, ist mein Business auch über die Wuppe. Und wenn ich Regulatorik nicht beachte, dann wandere ich ein ins Kittchen, ja? Also insofern, das ist, das ganze ESG, wenn du normal und auch Stakeholder Value und diese ganzen Formalitäten, eigentlich ist es das, wie man gutes Geschäft macht, nachhaltig, weil nur wenn du nachhaltig agierst, im Sinne aller Stakeholder, wirst du auch nachhaltig profitabel machen. Und das ist doch das Ziel, was wir als Kapitalisten wollen. Wir wollen nachhaltig Gewinne machen, nicht nur ein Jahr, sondern dauerhaft. Und das geht nur, wenn wir ordentliche Leistungen zu fairen Preisen anbieten und in einem sauberen Konstrukt. So, und das andere Thema ESG ist halt dann, sind diese ganzen Formelkompromisse, diese langen Kataloge, die man abhaken muss und irgendwas. Und da sind wir natürlich dann auch bei, bei sehr stark ideologischen Themen. Ja, der Kernentsorgungsfonds, gut, dass der nicht in Kernenergie seinerseits investiert, das kann ich mir jetzt noch klar machen. Aber, ja, da sind wir halt bei sowas. Darf ich in Rüstung investieren? Ja, auf der einen Seite stellt sich der Kanzler und der Finanzminister hin, wir machen jetzt 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Der neue Verteidigungsminister Pistorius sagt, ja, die 100 Milliarden, die reichen aber vorne und hinten nicht. Wir brauchen viel mehr. Dann sagt man aber, ja, aber in Rüstung investieren, das ist ganz, ganz böse. Aber der Staat, der haut die Kohle dafür raus. Passt nicht, sorry, ist eine Doppelmoral. Ja, und dann auch, also Tabak ist auch so ein Ding. Investiert natürlich nicht in Tabak, der Fonds. Aber, naja, der Staat hat natürlich die Einnahmen aus der Tabaksteuer wieder sehr gerne. Das heißt, das sind so diese Grenzthemen. Ich möchte darüber eigentlich nicht allzu viel reden. Ich hätte auch nicht ein Fix gewusst. Ich darf das genau gewusst. Nein, weißt du, es gibt so ein paar, es gibt da so ein paar Posterthemen, die man einfach draufschreibt, damit man sagt, man ist nachhaltig. Wichtig bei so einem Staatsfonds ist doch, dass wir, gerade wenn es auch um das Generationenkapital geht, sicherstellen wollen, dass das keine spezielle ideologische, politische Agenda verfolgt, wie mit dem Geld investiert wird. Und da muss ich sagen, stimmt mich der Staatsfonds Kenfo schon positiv. Ja, abseits von so ein paar Posterthemen, keine Kernenergie, kein Tabak, keine Rüstung. Muss ich sagen, kann ich jetzt nicht sagen, dass das der super Ideologenfonds ist, sondern dass da eine politische Agenda mit finanziellen Mitteln durchgedrückt wird, sondern da ist zum Beispiel auch eine Exxon mit dabei. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier aus Nachhaltigkeitsgründen einen sehr riskanten Kurs fährt und sagt, also eigentlich 70 Prozent der Aktien sind sowieso nicht nachhaltig und wir kaprizieren uns jetzt auf irgendwelche Small Caps, die, was weiß ich, Solarpanelen in Sachsen-Anhalt herstellen. Nein, das ist nicht. Und da muss man wirklich sagen, es spricht auch dafür, für die Qualität, die dieses Generationenkapital einfach aus Asset-Management-Sicht haben kann, dass scheinbar nach allem, was wir momentan sehen, Anja Mikus und ihr Team völlig frei sind von politischer Einflussnahme auf Anlageentscheidung. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig an die Adresse aller, die dieses Projekt unterstützen oder auch kritisieren. Und gerade wenn du sagst, es kommen 24 Milliarden auf den Markt und die treffen auf extremste Small Caps, dann wissen wir ganz genau, wie man selber seinen eigenen Markt damit kaputt und beeinflusst. Also deswegen absolut korrekt. Genau. Deswegen, das machen Profis hier. Und wir sehen ja auch in der EU, Atomkraft ist doch okay und Erdgas ist auch okay. Also wir merken schon, da sitzt man am Tisch und schachert sich die gegenseitigen Sachen hin. Ich glaube, wie du es gesagt hast, wir müssen hier Investitionen tätigen, die auch in den nächsten 50, 60 Jahren noch erfolgreich wirtschaften und sie nicht selber, ich sage ich mal, auflösen. Und dementsprechend gehören solche Ansätze dazu. Aber viele Anleger fahren diesen Weg wahrscheinlich eh. Du hast gerade Exxon angesprochen, auch im Bereich von vielen Ölfirmen gibt es ja auch den Weg, dass sie ganz klar feststellen, auch Tabak. Der Weg kann nicht ewig so weitergehen. Man versucht frühzeitig auch andere Geschäftsmodelle zu erschließen, weil irgendwann wird es halt immer schwieriger, auf dem bestehenden Geschäftsfeld einfach bestehen zu können, weil das Umfeld einfach nicht mehr passt. Das ist einfach auch eine ganz klare Tatsache. Ich denke mal, wir schauen uns mal kurz an, wie so die Zielallokation von diesem Kenfo eigentlich aussieht. Und du sagst es ja selber schon, bei Aktien sind wir momentan bei 50%. Also wir schießen momentan natürlich bei den Aktien etwas über. Und auch bei, sage ich mal, anderen Themen wie sonstigen alternativen Anlagemöglichkeiten haben wir extrem unterbewertet das Ganze momentan. Also Ziel wäre genau das hier, 35 Aktien, dann Risiko getragene Anleihen, 25% risikoarme Staatsanleihen, 10% und 30% illiquide Anlagen, was du vorher angesprochen hast. Und ich glaube, diese illiquiden 30%, da kann man eine Null fast streichen, oder aktuell? Ja, ja, das sind momentan, sind das so 3%, dann gibt es 2% Kasse, aber man darf halt da auch nicht vergessen, das sind Dinge, die nach, die Einzahlung ist 2017 erfolgt, ja, und sowas aufzubauen, auch zu fairen Preisen, heißt ja nicht, dass man jetzt sagt, hey, wir müssen jetzt ein Drittel davon raus, wir müssen jetzt mal ganz schnell 8 Milliarden im Private Equity und Private Debt unterbringen, ja, dann freuen sich nämlich alle, die solche Zielfonds anbieten, weil der Fonds macht diese Transaktionen natürlich nicht selber, da kommt der große Geldregen und wir können jetzt vom Start mal alles aufgreifen. Also da finde ich es auch richtig, dass das Management des Kenfo hier mit Augenmaß agiert, langsam die Commitments verteilt, also gerade auch im Private Equity Markt haben wir ja nun auch Bewertungen gesehen, auch für Infrastruktur, die motiviert von der teilweise nicht vorhandenen Zinsseite in meinen Augen abstrus hoch waren und dass das Management hier gesagt hat, okay, da müssen wir mal von der Zielallokation, die wir ja langfristig haben, abweichen, sondern wir gehen einerseits stärker in die Aktien mit 50 Prozent, wobei da eben durch die REITs auch die Immobilienanlagen teilweise mit drinstecken und wir haben 45 Prozent Anleihen momentan, finde ich dann auch okay. Also die Vermögen, die so aussehen, dass sie so ein Drittel alternative Investments dabei haben, das sind alles Vermögen, die sind über lange Zeit, in der Regel auch über Generationen gewachsen. Der eine oder andere wird sich vielleicht auch mal mit den Stiftungsfonds in den Vereinigten Staaten beschäftigt haben, insbesondere Yale mit David Swanson, der eigentlich ja diese Art und Weise des Investierens in diesem sogenannten Endowment-Portfolio gefunden hat, leider inzwischen verstorben ist, ein ganz großartiger, inspirierender Mann für alle, die Diversifikation denken wollen, aber das sind halt auch so etwas wie Yale, das ist über Jahre und Jahrzehnte implementiert worden, die haben jetzt diese Struktur, das kannst du nicht einfach so mit der Brechstange von oben machen und auch das, also diese Abweichung von der Zielstruktur, da muss ich sagen, ist halt weiter ein Beweis dafür, dass hier sehr professionell gearbeitet wird, auch wenn alle diejenigen, die sagen, der Staat, der kann das nicht, muss man halt sagen, ja, wenn der Staat sich gute Leute sucht, den Leuten einen Rahmen gibt, innerhalb dieses Rahmens, die Leute aber gut handeln lässt, in ihrer Kompetenz und ordentlich kontrolliert, dann kann das schon funktionieren und ich muss sagen, also aus Asset Management Sicht kenne ich überhaupt nichts Negatives am Kenfo finden, sondern ich sehe viel Positives, was mich auch positiv stimmt für das Investment dieses Generationenkapitals, dass ich mir obendrein wünschen würde, dass das Generationenkapital größer wird und natürlich, dass ich mir wünschen würde, dass wir die Aktienrente so mal umsetzen, wie Johannes Vogel von der FDP das eigentlich mal damals gedacht hat, nämlich als Anleihe bei dem schwedischen Modell mit einem Fonds, in dem man auch selber nochmal einzahlen kann, mit Anteilen am Bruttobetrag, dass ich mir wünschen würde, dass die private Aktienrente, also das, was wir selber vorsorgen für später, steuerlich stärker gefördert wird, dass man das nicht am Ende alles mit 25% wegversteuert, während man Gold und Kryptos nach 12 Monaten Steuerfreiheit, das sind Themen, die stehen auf einem anderen Blatt, da würde ich mir wünschen, dass Christian Lindner, Johannes Vogel, Florian Tonka dafür weiterhin kämpfen, aber ich muss halt auch sehen, das sind Themen, die sind momentan politisch in dieser Konstellation nicht durchführbar, gegen Rot, gegen Grün und naja, die FDP, das vergessen viele, ist halt eben nicht mit einer absoluten Mehrheit vom Souverän ausgestattet worden. Manchmal könnte man sich denken, dass es das sind, wie man sieht, was man in Sachen durchdrückt, aber es klingt jetzt vielleicht wie so ein alter Text aus dem chinesischen Glückskeks, aber jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt, dass wir wenigstens mal den ersten Schritt in die Richtung machen. Lass uns das mal tun und dann vielleicht auch mal sehen, vielleicht beschäftigen sich manche dann mehr mit dem Thema und sagen nicht, jetzt wird so mit Geld spekuliert, sondern erkennen, wenn ich nichts tue, dann spekuliere ich definitiv mit den Steuernamen der Zukunft, weil die immer mehr und mehr in die Rente rein müssen und so kann man vielleicht langsam auch da so ein bisschen Wissensvermittlung aneignen. Und gerade auch zu diesem ersten Schritt ist ja wichtig, dass dann weitere Schritte folgen, weil wir reden jetzt über 10 Milliarden Euro, aber das ist dann die erste Investition und es ist natürlich ganz wichtig, dass der Staat zum Aufbau des Generationenkapitals genau das tut, was viele Bürger schon längst durchdrungen haben, nämlich das regelmäßige Sparen, am besten dynamisiert und die Inflation, das heißt also, wenn es jetzt 10 Milliarden sind, sollte es nächstes Jahr 10,7 Milliarden geben, also, dass wir wirklich hier auch nicht dieses Timing-Problem haben, was der Kenfo lösen musste, weil einmal eine große Zahlung kam und danach nie wieder, sondern, dass wir hier wirklich diesen stetigen Strom von Zahlungen brauchen und damit der Staat zum ersten Mal vielleicht wirklich was von seinen Bürgern lernt. Mach uns das zweite Video nicht kaputt, wie gesagt, vielleicht machen wir uns bei dem noch was, vielleicht noch ganz kurz, Kenfo Asset Allocation, haben wir dann hier auch so extreme Klumpen, ich weiß, wenn man sich ein MSCI World anguckt, haben wir manche US-Schwergewichte mit 2, 3, 4, 5 Prozent drin oder ist hier wirklich so breit gestreut, dass man sagen kann, nein, das ist eben nicht nur ein MSCI World Depot liegen und außen noch ein paar Fondsmanager und Managerinnen rumsetzen, sondern die gucken wirklich drauf, das fein zu diversifizieren, klar, irgendwann ist der Grenznutzen erreicht, das bringt nichts mehr, aber gibt es da wirklich so Prozentklumpen? Das ist immer, also der Grenznutzen erreicht, weil wir reden hier eben, du hast das eben schon mal erwähnt, über ein großes Kapital und damit kannst du natürlich ganz viele Aktien ansprechen, aber du kannst halt nicht 500 Millionen in irgendein Small Cap stecken und selbst 500 Millionen bei 24 Milliarden, auch das ist nur eine kleine Portion, das heißt, wir reden hier wirklich über 0,0 irgendwie Fliegenschissprozent bei den meisten Aktien und dann gibt es ein paar größere Firmen, in denen dann wirklich mal bis zu 0,5 Prozent der Aktienallokation dann drinstecken, ja, also insofern, wir haben hier momentan 4000 Aktien in der Aktienallokation drin, das aber wirklich dann sehr, sehr, sehr breit gestreut und eben nicht eine 1 zu 1 Adaptation des MSCI World, wir haben nicht diese Klumpen, es wird ein eigener Managementstil sichtbar, vor allem mit Blick auf Ausgewogenheit, ja, also nur mal ein Beispiel, Ende 2021, nochmal, das ist leider der Termin, von dem wir die letztverfügbaren Daten aus dem Kenfo haben, großes Problem, Transparenz, zeitnahes Reporting, ja, da muss was passieren, aber per 31.12.2021 haben wir beim MSCI World 4,7 Prozent an Apple gehabt, wenn wir jetzt gucken, was ist im Kenfo, da waren es nur 0,5 Prozent von der Allokation in Aktien, ja, also 139,5 Millionen Euro in Relation zur Hälfte von diesen 25 Milliarden Kapital, auf die das Ganze inzwischen angewachsen war, das heißt, wir haben nicht diese Klumpenbildung, ähnlich auch bei anderen Werten, das kann bedeuten, dass man in gewissen guten Zeiten, wie in so einem Technologie-Boom, halt nicht ganz so gut nach oben abschneidet, aber dafür im Sinne der Performance-Stabilität ist das eine gute Entscheidung, wir sind also hier eher an so einem Equal-Weight-Index dran, den es ja eigentlich so klassischerweise weltweit gar nicht gibt, sondern nur in einer extrem nachhaltigen Variante als ETF von VanEck, keine Empfehlung, nur der Hinweis auf dieses Sustainable Equal-Weight-Produkt, aber das ist hier im Grunde der Ansatz und ich finde diesen Ansatz sehr gut, auch in dieser Breite. Also wir sehen es hier nochmal im Jahr 2021, immerhin 10,4%, also gegen Sparbuch oder Anleihen aus diesen Jahren, definitiv, einen anderen schnappst oben drauf und 2,4 Milliarden mussten bereits schon entnommen werden, aber 10% auf die 24,1, also kann man sagen, die bisherigen Entnahmen konnten, also Daumen gebrochen, fast schon aus den laufenden Erträgen sogar rausgenommen werden, plus minus. Das waren ja nur die Erträge eines Jahres, während die Entnahmen natürlich länger gingen, in den ersten Jahren ist weniger verdient worden. Es muss natürlich auch eins klar sein und deswegen müssen wir dieses Video auch am Laufen halten auf der Plattform, wenn im Juli oder hoffentlich eher die Zahlen des Kenfo für 2022 kommen, wird es einen großen Aufschrei geben. Hat der etwa Minus gemacht, meinst du? 2022 die Aktienmärkte runtergegangen sind und, und das ist viel, viel schlimmer hier an dieser Stelle, natürlich auch die Anleihen runtergegangen sind. Das ist nur, dann kommt es darauf an, vielleicht müssen wir dann nochmal einen Take machen, das zu erklären, dass es natürlich immer eine Stichtagsbewertung ist und viele Aktien haben ja alleine jetzt seit dem 31.12.22 in diesen ersten fünf Wochen kräftig wieder zugelegt, dass ich glaube, Apple allein 20% bis zur Zahlenvorlage vielleicht geben sie es jetzt alles wieder ab, aber das ist dieses Rauf und Runter, davon muss man sich lösen und bei Anleihen ist es natürlich so, dass da ein bunter Strauß von verschiedenen Fälligkeiten gewählt wurde, die sich auch decken mit, mit den Annahmen und Modellen dazu, wann denn dieses Geld gebraucht wird. Also die Anleihen sind vielfach auf Endfälligkeit gekauft worden, sodass völlig egal ist, wo die momentan gerade notieren und dann ist es eher positiv, dass wenn man kurzfristige Anleihen und die hat man ja auch in diesem Fonds drin, jetzt auslaufend hat, fällig werdend, kann man in neue Papiere umschichten, die dann auch wieder Zinsen bringen. Also da muss man dann wirklich das genauso erklären, wie jetzt beim norwegischen Staatsfonds, der hat ja diese Woche Zahlen geliefert und da war die große Head dann in vielen Medien, wirklich auch die Steilvorlage an alle Linken, an alle Vermögensaufbau, Legastheniker, 155 Milliarden Euro Verlust, größte Verlust aller Zeiten, ja und da muss man natürlich auch mal sagen, ja, liebe Linke, damit man 155 Milliarden Euro Vermögensverlust verlieren kann und das sind dann plötzlich nur 15% Minus, dafür muss man erst mal eine Billion an Vermögen aufbauen, ja, das ist so ein bisschen auch so wie bei Elon Musk, Elon Musk hat 200 Milliarden verloren, ja, aber er hat erst mal ein paar hundert Milliarden an Vermögensbuchwert aufgebaut, ohne jetzt irgendeine Einschätzung zu Elon Musk dazu geben, aber hey, wenn du so viel verlieren willst, musst du es erst mal vorher aufbauen und abgesehen von allem, was über Langfristigkeit geht, wenn man wirklich sich den Track-Rekord seit 98 anschaut, man bedenkt, dass da zwei veritable Finanzkrisen drinstehen und das ist halt das Schöne, dass der norwegische Staatsfonds ein sehr, sehr ausführliches, transparentes, gutes, auch einfaches, wie man heutzutage sagt, niederschwelliges Informationsangebot hat, das ist toll, dadurch verankert sich das auch mehr und da muss man natürlich hinkommen, deswegen also gerade jetzt dieses Jahr 2022, die Bilanz dazu und die Perspektive auf das Generationenkapital wäre wirklich mein Wunsch an Anja Mikos, an das Can-For-Management, wer ein gutes Produkt hat, darf das auch offen nach außen vertreten, auch der Wunsch an die Politik, Christian Lindner geht ja selber gerne raus, für den Tonka auch, lasst die Leute auch ihr Produkt erklären, sorgt dafür, dass mit dieser guten staatlichen Geldanlage auch Vertrauen entsteht und dafür auch geworben wird, weil vielleicht, wenn der Anja Mikos was sagt, nimmt man es eher an, als wenn irgendein kommerzieller Fondsanbieter Finanzbildung versucht oder irgendein Politiker, insofern, also dieses Know-how sollte man mehr nutzen und die beiden Themen zusammen, da kann man viel, viel Gutes dran erklären. Ganz kurz zum Abschluss nochmal, hier eine Auflistung, wie die Länderverteilung ist, also auch da sieht man, es ist kein MSCI World, Nordamerika ist nicht mega da klumpen, kann positiv, kann negativ sein, je nachdem wie der Markt gerade läuft, ist einfach breiter gestreut, Europa ist ja sehr stark grün, auch Südamerika, ein bisschen Asien, Rest der Welt, also wir sehen hier ist alles dabei und wir können auch hier dann sagen, wir schauen uns mal. Das ist vielleicht nur ein Thema, was wir kurz noch erwähnen sollten, weil es ja auch politisch sensibel ist mit Blick auf China, der Fonds ist wirklich schon fokussiert auf Industrieländer, ja, also mir wäre das ja auch wirklich ein Anliegen, dass man diese Liste des Fondsvermögens, liebe Frau Mikos, wenn Sie das gucken, die Liste, die kann man doch, wenn Sie es als PDF schon raushauen, da kann man doch auch mal eine Excel-Liste rausgeben, man muss es Menschen wie mir doch nicht so schwer machen, einfach mal diese Allokation zu analysieren, man ist doch wohlmeinend, ja, insofern habe ich mal geguckt, wie häufig ist denn China drin, normalerweise wird man in der Excel-Liste machen, hier einen Filter drüber laufen lassen, zack, ging es nicht, aber ich habe halt, das steht immerhin das Herkunftsland beziehungsweise die Börse drin und ich habe mal gezählt, es kommt 2000 mal USA vor, ja, und also bei 4000 Aktien von der Anzahl her die Hälfte vom Gewicht ein bisschen mehr und es kommt nur 80 mal China vor und das sind dann insbesondere Hongkong-Unternehmen, das heißt also, wir haben hier schon den Fokus auf die Industrieländer, ich würde da jetzt auch kein politisches Statement daraus ableiten, dass man sagt, wir investieren nicht in China, sondern es ist einfach so, wie manche einfach den MSCI World im Depot haben und gar nichts mehr beimischen, weil natürlich auch man mit vielen Investitionen in den Industrieländern, wir haben das auch an dieser Stelle öfters besprochen, einfach daran hängt, dass China sich positiv entwickelt, weil viele große etablierte Unternehmen aus unserer sogenannten etablierten Welt in China entweder produzieren lassen oder China als wichtigen Absatzmarkt haben oder sogar eben beides haben. Also nochmal ganz kurz dann hier, wir sehen jetzt vom 2021 Portfolio, da gibt es das PDF und ich hoffe, du saßt nicht da und hast von Hand die Chinesen durchgezählt, so war es schon Steuerung F Xi 89. Aber das ist mal. Weißt du, Reggie, ich bin jetzt nicht so viel älter als du und du kannst jetzt immer sagen, ja, okay, Boomer, ja, alter weißer Mann, ist ja alles richtig, aber das kriege ich jetzt auch noch hin, wobei ich bin ja froh, dass das möglich ist. Manche, auch Unternehmen, setzen ja irgendwelche geschützten PDFs ein, wo man das gar nicht machen kann, das finde ich alles ein bisschen Saurei und aber gerade also bei sowas, ich meine, wenn ich Informationen doch eh nach außen gebe, dann kann ich das doch auch in einer Form machen, die man mal verarbeiten kann oder man kann selber ein bisschen machen, aber da kann man ein Chart mal ein bisschen das Ganze zeitgemäß machen und die Norweger zeigen ja, wie es geht, das Ganze mit ein bisschen Video machen, ja, ich meine, darf ja auch gerne zu uns kommen, die Frau Mikus, ja, und darüber was erzählen. Also, wenn irgendjemand ein Draht zum Kenfo hat, der Kenfo uns zuhört, macht sie auf uns aufmerksam, Ritchi und ich sind ja gute Gesellen, wohlmeinende Gesellen und wir hätten große Freude dran. Und ganz kurz natürlich, ich meine große Klappe, wenn man nur nach China sucht, kriegt man Bank of China, die in Hongkong gelistet sind, ja, da muss man wieder sagen, ist Hongkong fest an China-Aktien oder wo, also, ja, du hast dich nicht besser gemacht als nur Steuerung F, Verzeihung, ich hätte einfach still sein sollen. Gut, vielen lieben Dank, wie gesagt, schreibt mal dazu, wollt ihr ein bisschen mehr über den Staatsfonds hören, also Staatsfonds, diese, ja, Aktienrente, die aufgebaut wird oder sagt, hab ich schon so viel durch die Medien gehört oder wollt ihr mal die Meinung vor allem von Christian zu dem Thema hören, vielleicht ladt man auch einen Gast zu dem Thema ein, lasst mal Kommentare da, danke, dass ihr jetzt zum Schluss dabei wart und Christian, wir müssen aufhören, weil wir drehen gleich das zweite Video, das kommt aber etwas später. Bis gleich dann nochmal, also, bis bald und dir bis gleich. Tschüss.